Hey Leute, hier ist mal wieder euer Dragon Ray und heute habe ich mir mal Call of Duty Ghosts geholt, ähm, und mit dabei ist natürlich der Dominic hier, Dominic, achso, ich hab gesagt, das wärst du, ja Dominic, okay. Haha, mit ihm habe ich auch dieses GTA-Video gemacht, ja, und, ähm, ich hab hier erstmal, hab so nie gespielt und das ist schon Bohr rein der Hand, ich hab euch schon Videos darüber gesehen und so. Jetzt haben wir die Herausforderung, also nur noch mit, nur Messer, nur Messer, nur Messer. Ja, aber ich hab so nie gespielt. Ja, ja, das sieht, sag ich, ich spiel's gerade zum ersten Mal und sieht schon mal mega geil aus, aber warte, ich würde gerne die Sichtempfindlichkeit ein bisschen höher machen gleich. Gibt's auch so ne Pause, wie, äh, so Rundenzahlen, oder so? Äh, es geht um Nester. Äh, gibt's auch Pause, wo man keine Viecher kommen? Ja, wenn der, also wenn das Netz zerstört ist, kommt keine Viecher, bis du den Bordel wieder platziert hast. Okay. Die Restlichen hier noch getötet, was ich mal in Borre, okay. Und das hier, ja, war das nicht so zu stören. Ja, genau, aber noch nicht platziert. Ja, ich leg den erstmal hierhin kurz, weil ich will mir das hier mal angucken und ich wollte noch irgendwas Wichtiges sagen, was ich jetzt schon wieder vergessen. Ich würd gern die Sichtempfindlichkeit noch ein bisschen höher machen, das ist noch so langsam. Genau, vielleicht sollte ich dazu noch erwähnen, dass wir demnächst wieder mehr Videos machen werden, Gameplays, Commentaries & More. Wird uns freuen, wenn ihr dabei seid. Und, ähm, ja, das neue Kommentarsteam, was soll ich dazu sagen? Es kommen keine Kommentare mehr zu den Videos, weil sich die Leute natürlich ein Google Plus Account machen müssen, um Kommentare zu posten. Äh, kommt mir das nur so vor, oder bewege ich mich hier extrem langsam? Nein, das ist so. Ähm, es gibt auch Sachen da, wo du suchen kannst drin, kannst du Aufsätze und so finden. Hier oben zum Beispiel ist eine DMR, die ist extrem gut, hat aber wenig Muni. Okay. Ähm, hier ist AK12, die ist eigentlich auch ziemlich gut, aber, naja, Geschmackssache. Hier zum Beispiel ist sowas, du kannst zu suchen drin. Okay, warte mal, ich will's mir angucken. Zum Beispiel Hypnomesser. Ja, siehst du, siehst du dann gleich, siehst du dann gleich. Aber das Hypnomesser ist einfach mal richtig fettgeil. Werde ich aber erst hernehmen, wenn wir in der Stadt sind. Mit dem Hypnomesser, das wirfst du. Und wenn du, ähm, so einen Alien triffst, hier ist ein Raketenwerfer, dann gehört das zu dir. Kann ich auch mal so graben, oder was auch mal erst suchen. Ja, okay, warte mal. Hier ist noch ein. Achso, okay, dann einfach X gedrückt halten. Und das Magazin gefunden. Okay, äh, was ist denn, ist erklärt, muss man mal ein bisschen erklären, bevor wir hier richtig loslegen, mal das Ding hier zu machen. Ähm, ich tue es mal backdrücken, das weiß ich schon. Wenn ich einmal backdrücke, kann ich die Sachen hier sehen. Das erste ist, äh... Genau. Äh, Patronenschaden, okay, das verstehe ich schon. Äh, ne, Pistole, was ist denn das Zweite mit der Pistole? Ähm, da kannst du die Pistole spielen, dass die, also stärker ist. Munition, dass man mehr Munition tragen kann, oder? Nein, äh, Munition ist dafür, dass du mehr Munition bekommst von der Munitionsküste. Achso, und, ähm, Team Sprengsätze? Äh, Sprengsätze, ja, damit die Sprengsätze stärker sind, und ich habe hier aber noch nie, das gilt, ich glaube, wie kommt da auch andere Sachen dann auch mit der Zeit dazu. Und das, oh, fuck, man, die kann man ja gar nicht treffen, was geht denn schief? Fuck, was hält dem Fall? Fuck! Alle, was geht ab? Ja, die kommen da ab und zu auch so, aber halt nur geringfügig weg. Okay, äh, okay, warte. Ich würde gleich gerne mal weitergucken. Und du empfiehlst mehr, was in der Waffe ist als erstes Kaufenszeug. Äh, ja, spiel erst mal mit Pistol. Pistol. Die Anfangspistol für dich ist eh eigentlich die Stärke der Pistole vom ganzen Spiel. Nein, ich... gehört eigentlich zu den besten Waffen vom Spiel. What? Wenn du das teilt, ja, 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 wenn du das teilt, also Vollskill, dann ist es nicht so, der Waffe, OP, einfach nur. Der kann noch mehr sein, gell? Fällt mir grad irgendwas so auf. Okay, warte mal. Ich mach jetzt nicht mal den Board, oder? Warte, nee, warte noch mal bitte kurz, leg' noch mal hin. Ich will's auch mal machen. Ähm, das zöpft mir der S-Mann, dann will ich noch kurz was fragen. Äh, das IMS ist das. Ja, IMS kommt von MB3, das ist so, das stellst du hin, und wenn Alien vorbeiläuft, klingt das Granaten aus, und die Granaten, die gibt es das Ziel, und dann klatscht es halt drauf. Äh, gibt's noch irgendwas? Das ist eigentlich nicht, man muss gut überleben, und halt so viel, die es geht nicht so, kaputt machen. Das ist schon ne Waffe? Okay, warte, äh, was gibt's noch? Das ist meine Pistole. Äh, Mini-Gun-Geschütz, das soll das darstellen. Oh, schau dir das an, so flamm. Warte kurz. Das ist extrem geil. Ich würde gern, tschüss mal, hier dann, Bora platziert, ah, fuck. Geil, man. Und oben links sieht man den Ding. Äh, äh, was denn, wenn ich steu kurz links mache? Da, grüßt links, ist dein Geschütz. Ah, oh, fuck, ich bin gleich tot, ah. Hilf mir, hilf mir. Ja, ja. Ah, ich bin gleich tot. Der Border ist kaputt, den müssen wir immer beschützen, weil wenn der Border komplett zerstört wird, dann haben wir die Arschkarte gezogen, dann ist das Spiel vorbei. Nicht wegrütschen. Nicht wegrütschen. Ah, fuck, man, das ist ja richtig krass. Wo hast du den Border gesetzt? Da vorne. Reparieren. Hast du schon die Sachen geskillt oben? Das erste? Äh, nee, ich hab noch gar nichts geskillt. Drück einfach die erste Live-Skill, bitte. Okay. Ja, ich würd gern trotzdem mal ne Waffe. Ja, hier, nimm hier die Shotgun oder die Vector. Wo ist die Vector, die wir dich haben? Da, da hinten. Komm ja, hier. Die, die da an der Wand hier? Ja, ja. Boah. Als Spieltreibend wirklich zum ersten Mal Black Ops 2. Äh, Black Ops 2. Ja, haha, nicht Black Ops 2, weißt du, was ich mein? Warte, ich probiere meinen Glitch aus, ob der noch funktioniert. Ja, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich will jetzt mal unbedingt ausprobieren, ob das hier noch wirklich funktioniert. Lass es mal kurz alleine, du schaffst es ja schon. Ja, genau, genau. Wir müssen auch, wie ich hier. Aber man tut es ja immer wieder, wie wir die anautomatischen, oder? Ja, ich will es mal kurz ausprobieren. Ja, er funktioniert noch, Dominik guckst du an. Da wartet schön. Geil, Mann. Ey, die sind wirklich zu dumm, eine Map zu erstellen. Komm mal her, guckst du an. Die greifen mich nicht an. Äh, kann man ja auch so, was die Juggern noch haben. Stell dich aufs Geländer, du bist dich und warst ganz langsam rückwärts. Ach so. Äh, zum... Vor allem, bleib mal, bleib mal unterstehen, weil die ziemlich gut auf dich konzentriert sind. Ja, und was willst du in der Zeit machen? Ich aktiviere den Wohr, gib mir den Wohr, gib mir den Wohr. Ach so, da war ja auch noch ein Ding. Ich will, ich will doch nicht schon über dem ersten Spiel gleich mal glitschen, ey. Ach komm, nee, oder? Nee, du musst nicht ein bisschen tiefer. Geht hier nicht mehr. Du sollst dich mal hier verpissen. Ah ja, und äh... Was freut denn da eigentlich immer nach? Wer? Angel Tobi. Alter, nein. Ja, scheiß drauf. Äh, was ist denn das, ähm... Was soll ich sagen, dass man mehr Geld tritt, als ich tragen kann, genau das meine ich. Ja, äh... Warte mal, nein, das geht nur über Techniker. Also du kannst maximal, kannst du 6000 Rang, wenn du Techniker komplett ausgespielt hast, dann kannst du 8000 Rang. Ach, das Spezial-Munition-Hetz? Ja. Ja. Und was, was kann die? Oh, geil, Mann. Und die kannst du immer wieder für uns holen. Also ist, äh, Sanitäter und alles, ist es wirklich also immer wichtig, also, wie soll ich sagen. Also immer, geht, wichtig ist jeder von denen dabei, ist, Sani und, äh, Techniker und zum Kack. Ja, da schon. Wie viel bezahlt du für die Munition? 1250. Alles geht ja noch, man hat das Geld, der richtig schnell, ich weiß gar nicht, was ich jetzt schon damit machen soll. What? Ey, der Oberstuf ist ein Riesendinger. Ja, ja, da, wenn wir das haben, dann sind die der Stadt, also wenn das kaputt ist, da werde ich dann auch noch mit dem Grenadwerfer und mit dem Sofflern draufballern. Ey, ich habe jetzt schon keine Munition mehr, wenn ich jetzt Munition, kann man die auch nachtraufen, Näger. Äh, nein, nein, du kaufst dir da ne neue Waffe immer. Okay. Warte mal, aber jetzt, jetzt habe ich schon keine Munition mehr. Das mache ich jetzt. Ja, warte, äh, drück mal. Aber was hast du jetzt schon geskillt? Das, äh, warte, das erste habe ich jetzt voll. Ja, warte, das erste ist jetzt voll. Ja. Spezial Munition, oder? Ja, äh, ja. Schnelles Nachladen ist das. Ja, okay, warte, ich. Gib mir doch mal schnell, hier. Okay, geil. Äh, ich schieß mal ein bisschen mit der Pustel. Und, wie machen wir jetzt das Ding da hier, das große Ding kaputt? Ja, erst müssen wir alles bohren, dann kommt ein Unterstützungs-Heli, der schießt dann die ganze Zeit auf die Barriere drauf und wir müssen einfach nur verteidigen. Dann kommt Skorpione und ich sag jetzt schon mal, Skorpione haben so ein, naja, ich sag mal Wichse dazu oder irgendwas schleudert die aus ihrem Schwanz heraus. Das ist wie Säure, also wenn du da drin steh bleibst. Ja, Wichs, okay. Äh, was soll ich noch als Ex-Skillen? Äh, Pistole. Mach Muni, nein, mach Munition, mach Munition, mach Munition, mach Munition. Ich kann es noch gar nicht. Äh, wie wird es festgelegt, wann es das gehen kann, weil es wird mir, mir wird der Klingel abgezogen. Ja, du bekommst ab und zu überregelnden Punkte dazu. Und was sehe ich, wie viel gerade Absicht ist da? Weil ich würde mal gern kurz gucken. Ja, wenn du weggedrückt, äh, wenn du backdrückst, dann siehst du, wie viel ich, wie du hast. Ja, ich hab null. Ist ja geil, wenn ich gleich mit dem ersten Mal hier Endgame schaffen würde. Man kriegt aber übel viele Punkte irgendwie, mehr wie bei Sommelmord irgendwie so. Das ist mein, so wenig, paar vier Töten gleich wie 100 Punkte oder so. Kann man da auch, ah, warte, ich hab dann folgendes besser gesehen, kann ich die da auch draufwerfen. Und macht dann auch Schaden. Diese, 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 was? Popangas, Tanz, da. Ja, schon, aber die musst du kaufen. Macht das nicht. Wie? Ja, ich mein, du weißt, was ich mein, oder? Ja. Also diese Fässer, wo auf dem Boden liegen. Ja, aber die musst du kaufen. Das macht 1.500 Points. Okay. Ich hab gleich 6.000, äh, soll ich das Geld mal irgendwie ausgeben, oder für was? Er hat gesagt, für was soll ich das Geld ausgeben? Du kannst dann mal schnell die Falle, also danach, wenn der Hidi da ist, kannst du die Falle hier kaufen mal. Okay. Aber jetzt noch nicht, warte noch, ich sag dir dann Bescheid. Boah, das sieht doch mal mega geil aus im Himmel und alles. Kann ich den Bohrer nicht hier dran setzen? Nein, geht nicht. Und ob wann, schau mal an, das hab ich nicht verstanden, ob wann geht das jetzt? Ja, jetzt wartet der Hidi ist unterwegs. Der schießt dann die ganze Zeit auf die Barriere drauf. Und wir müssen halt verteidigen. Ja, und woher weißt du, oder, wie krieg ich den Heli hierher? Wie kann ich den anfordern? Ja, der kommt automatisch. Der kommt automatisch. Und du wirst dann auch noch gleich sehen, ein Skorpion kommt dann auf unsere Seite. Ich mach die Falle an, okay? What? Wie geil! Äh, müssen wir da selber noch drauf schießen, oder? Ja, nein, ich schieb noch sehr bisschen selber drauf. Okay. Eini, Vector ist mal richtig geil gemacht. Mach dir eben überhaupt Schaden. Ja, ja. Das ist Kumpion. Wenn man selber drauf schießt, ist der Skorpion gehört zu uns. Sie ist ja an der Skorpion gehört zu uns. Wie? Und der kann auch gegen uns ein Rallye? Ja, die sind nur normal gegen uns, aber... Es gibt so ein Hypnometer, wenn du den damit triffst, dann... Ja, warte, schön noch kurz, schön noch kurz. Ich glaube, es gibt gleich Kohle. Und tatsächlich, die auch die Eklopie ist. Ah, okay. Äh, ich mach den Bauch einmal nach vorne hin, und das Ding... Ja, nein, 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 warte, warte, nein! Ja, nicht! Scheiße, mein Geld! Ah, warum denn? Ja, weil ich das Geld noch nicht aufgenommen hab. Ja, ich auch nicht, aber ich hab ja... Ja, ich hab's nicht gewusst. Ich hab mir erstmal jetzt mal entgegehgeholt. Okay, ich hab Geld aufgenommen, ich hab's voll. 6.000. Wie viel war da jetzt drin? 3.000. Okay. Warum... Macht ihr... Warum zahlt ihr das? Ist der dumm? Was? Ja, weil der das zahlt. Okay, äh, soll ich irgendwo ein Geschütze stellen, oder so? Ah, ich würd' dir meinen Klitsch ausprobieren, äh, ob der noch geht? Aber, es ist wichtig, dass du, äh, Munitionskill setzt, da mal, weil ich hab auch ne Exklusiv-Munition. Ja, ich brauch Munition. Ja. Dankeschön. Das ist ausgeskillte Exklusiv-Munition. Das ist richtig geil, Mann. Warte, ich skill das kurz. Nein, fuck, ich hab's falsch geskillt. Nein. Ich würd' gern meinen Klitsch ausprobieren. Hab ich... Nein. Hab ich mal gesehen, und dann würd' ich mal probieren, ob er noch geht. Weil Klitsch interessiert mich nach wie vor, äh, und ich würd' gern auch welche auf meinen Channel hochladen. Und so weiter. Fuck. Okay, hab mir das ein bisschen leichter vorgestellt. Weil ich würd's gern mal, nach wie vor, auf meinen Channel hochladen. Ja, woher wird angeklafen? Ne, hier steht ja, äh, grad eben auch, wenn man so ein Fass stand, halten sie X, um's zu nehmen, da stand ja nix von Geld. Ja, was hast du gefunden? Ja, so ein Fass, wo ein Ding drin ist. So, nochmal, aber sie kostet nie doch was. Ne. Äh, ich hab' meinen Geschütz, gell, wo soll ich's hinstellen? Ja, ich schuld' einfach mal gehen. Wow, wer hat hier grad'n Fass geworfen? Ja, so ein Fass, mein ich doch. Ja, irgendjemand, wirft die Pferd rum, Mann, ich bin gleich tot. Äh, ich nicht. Äh, ich weiß nicht, kannst du noch Aufnahme nachgucken. Ach, ich bin noch nicht schuldig tot. Ach, warte, 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 warte mal. Ach, wenn ich zum Beispiel das werfe, kriegst du auch schade, oder wie? Ja, sicher, wenn du's da inwirst. Ich hab's noch nicht geworfen. Ja, das war aber der eine Schlittur, wie, sag ich jetzt. Ich glaub' ich seh, der hat mich grad' schon wieder... Okay. Ah, die Piste ist ja mal übel stark. Und ich hab' nur das zweite Bild da, der, äh, das Ding... Oh, mal, ey, der Angel Tobi kann's gar nicht, man, der beschützt mich kein einziges Mal, ey, der Drottel. Gebt mir so der, wie auf, die Pissgurke, Mann. Fuck, warte, 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 die grüne, äh, Pampeter macht Schaden. Ja, hab ich dir doch gesagt. Ja, aber... Alter! Alter! Der Bohrer! Oh! Ey, die Piste ist übelstark. Treff ich überhaupt? Ich bin tot. Ich bin tot. Naja... Du hast mal das geschützt. Nein. Das musst du machen. Oh, ich stand ganz Zeit dran, hab' gerade zu schießt. Ich hab' den Gronen erst mal hingestellt. Hä? Verschwende nicht dein Geld, verschwende nicht dein Geld. Ich hab' doch immer 6000, das ist es ja. Du musst mir noch irgendwie irgendwas suchen können. Kommst du mir nur so vor, dass du hier keinen Fallschaden? Na, bekommst du keine. Kanisterbomben. Was ist denn, was ist denn das untere? Wenn ich nach unten drücke, Stallkreuz. Ähm... Das ist Team-Unterstützung. Ja, da kommen wir zu Flammenviecher draus. Ey, nimm dir mal Team-Booster. Was sind Team-Booster? Ähm... Der beschleunigt alles bei dir. Also schnell nachladen und schnell ziehen. Aber dafür 30 Sekunden irgendwie. Jaja. Okay, ist aber geil. Ey, das ist auch ein Geschütz. Hier an dem... What? An dem... AAAAAAA! Ey, ich bin auch an einem Geschütz. Jaja. Mach einfach. Oh, wie geil, man. Mir gefällt das Spiel irgendwie. Danke ich doch, dass es geil ist. Äh... Geht's denn jetzt weiter? Und wenn mich der Dreck... Wenn mich der Dreck... Wenn mich der Dreck mal beschützen könnte. Aber nein, nein, das ist zu viel verlangt. Oh, dauert es wieder ein Leben lang. Fuck! Durch Halk und Spektra 1. Black Flag ist unterwegs. Ey, das ist... Das gefällt mir richtig arg, ey. Ohne Mist. Ey, die machen den Bohrer kaputt. Haben Borde schon wieder repariert. Okay. Ah, der ist tot, warte. Äh... Fuck! Ich muss nachladen. Das ist tot, dass er steh' auf! Ey, gibst du auf so eine schwerste Stufe irgendwie, weil irgendwie kommst noch nicht so ein bisschen leicht vor. Oh. Ja, warte noch, warte noch. Jetzt kommt dann noch Krinos dazu. Krinos? Ja, Krinos. Da brauchst du eine komplette Trinity-Rakete nur richtig griff. Dann ist das vielleicht down. Warte mal, ich tue kurz das Munition nach Skillen. Okay, was soll ich denn als nächstes Skillen nach Munition, wenn es ganz oben ist? Ach, komm, Mann, ficken, ey. Das ist nicht mein Game durch die Munition. Äh, wir sind beide tot, Mann. Belebe uns einfach, belebe uns einfach. Komm einfach her, wir geben die Deckung. Ah, ich bin gleich. Ich bin gleich. Tod. So, ich lad den, das dreckige Kind jetzt zur Party einmal, was soll denn der Scheiß? Oh, kannst du, ähm, das nicht aufgeschlossen machen, das Spiel? Ja, das schon. Warte mal kurz. Okay, warte mal kurz, dann beende ich hier die Aufnahme jetzt. Ich hoffe, es hat euch fürs erste Mal, wo ich das gespielt habe, gefallen. Und, ähm, wenn ihr mehr davon sehen wollt, ähm, abonniert uns, äh, mich. Und, ähm, von uns zwei in Bärten noch mehrere Videos kommen in der nächsten Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Dominik? Ja, ciao. 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 Ciao.